Was ist das da oben für ein lustiges Zeichen? Was für ein Zeichen? Oben auf meinem Bildschirm ist so ein Bild-Daten-Werden heruntergeladen. Ist doch wohl doch nicht bis komplett geladen. Ja, scheinbar nicht. Ist man nicht. Du hast durch dieses komische Klop oder Top noch so etwas angeschlossen. Hm, das kann auch sein, ja. Boah, das gibt's nicht. Jetzt habe ich mitten im Spiel die ganze Zeit so ein Lade-Dings da oben. Wirklich nervig. Du kannst es schon spielen. Du musstest erwarten, bis es komplett geladen hat. Jetzt kann man schon spielen, wenn die Spiel-Daten noch gar nicht auf dem Rechner sind. Hat ne Technik. Ja, was für ein Quatsch. Ja. Ich habe gerade alle meine Probes zum Pylonen-Bauen geschickt. Stopp. Klar. Je mehr, desto besser. Deine Drohne. Ha! Eure Sonden werden angegriffen. Nein, ihr kräft mich an. Tendalus. Tendalus. Ha! So ein Gegner, schon obere Teichbeine hier rumfliehend. Ich komme und vertreib ihn. Ah, das war viel länger. Da bleibt es nicht so. Ah. Nein, ich komme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja jetzt ist es auch okay oh man das ist schlecht wenn ich mit meinen Zerklingen zuhause geblieben wäre wollte im grunde genau das machen was er auch gemacht hat er hat es geschafft und ich nicht ja 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 genau Okay, mein Warprysmo ist tot, aber ich habe riesen Schaden gemacht. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Im Namen der Rache. Stop. Das nächste Ziel des... ...dem gelben Protossau schlagen. Oder mal abgewehrt haben. Was ist euer Begehr? Da scheinbar noch eine Weile dauert. Ich bin hier in den Schatten. Oder wollt ihr erst mal auf Defend und Ex-Bahnden? Meine Ex ist fertig, wir können angreifen. Ja, ich komme gerne mit mit dem was ich habe. Sieht bei mir genauso aus. Ihr müsst zusätzliche Pyronen bauen. Und wir können die Schrauben ab. Ihr müsst zusätzliche Pyronen bauen. Oh nein, jetzt sagen die wieder Kriecher zum Creep. Achso! Ich bin da oben bereit. Oder wollen wir unten angreifen? Ähm... Ja, lass mal oben hingehen. Ich bin nicht mehr zu... Hier müssen zusätzliche Pyronen bauen. Ich bin grad fertig Oh Irgendwie, ne, Mondverlinge zuhause Hey, nicht die Gebäude angreifen, die Viecher hier angreifen Ah, ich krieg aber die ganzen Sentries immerhin Doch eure Verbündeten befinden sich im Kampf Mein Leben für Ajur Eure Verbündeten befinden sich im Kampf Sein hat, dass der auf Rakt Templer geht Eure Verbündeten befinden sich im Kampf Eure Verbündeten befinden sich im Kampf Oh, das ist ein Bähnling Oh, egal Oh, egal Eure Verbündeten befinden sich im Kampf